Ein herzliches Tag auch aus dem Ruhrgebiet hier, heute 7 Days to Die. Ihr seid dabei, wie wir tierisch Durst haben. Beim letzten Mal haben wir uns hier ein bisschen häuslich eingerichtet. Ich muss mich noch einmal kurz zurechtfinden, was die Getränke angeht und was das angeht, was wir hier noch gut rumliegen haben. Wir müssen mal gucken, was wir hier oben noch... Ich glaube, soweit können wir ja nichts mehr machen. Unter dem Strich müssen wir halt gucken, ob wir hier am Ende des Tages bleiben. Gerade leckt das noch ein bisschen. Das Einzige, was wir jetzt als Erste wieder umstellen müssen, ist und bleibt diese dusselige Kamera-Einstellung. So, jetzt seht ihr auch alles mit Status. Na, noch nicht ganz. Wartet. So. Viel schöner, viel besser. Vorbereitung ist alles, sag ich mal. Sorry dafür. Wir nehmen jetzt ein bisschen Munition mit und haben wir, wenn wir den hier ausrüsten, haben wir ein paar... Ja, sechs Schuss. Okay. Machen wir das Ganze mal so. Ja, ob wir den Knüppel brauchen, weiß ich noch nicht. Wir haben hier unser Gerät. Und dann werden wir uns früher oder später mal Gedanken machen müssen, was wir genau... Wo wir unsere Hordebasis bauen, ne? Das ist halt immer noch so ein kleines Thema. Da machen wir uns mal unsere Security-Blöcke raus. Hier kommen wir aber auch nicht raus, ne? Hier kommen wir nicht hoch. Was ist hier los? Gute Frau. Was ist denn da los bei Ihnen? Ist doch jetzt fast Tag. Muss ja nicht sein hier, ne? Kostet ja auch alles Geld. Wir gehen mal wieder rein und überlegen uns mal, ob wir hier irgendwo... Aber das sind halt auch alles... Ehrlich gesagt auch schwierig, ob wir überhaupt so viel Zeit hier in den Innenausbau stecken wollen. Es ist morgen. Wir gehen mal eine Runde Joggen. Habe ich gehört, das macht man so. Okay, ich bin... Was bin ich niedergeschlagen? Erschöpft. Das ist auch nicht so schnell, der Onkel. Wir gehen jetzt erstmal Richtung... Weißt du, was mich jetzt interessiert, ob wir überhaupt darauf bauen können? Oder ob das wieder diese halben... Halben Murks... Upsi. Ob das diese halben... Ach, ich war geduckt. Okay. Ja, genau. Nee. Schaut mal. Nee, sind die halben. Da bauen wir nicht drauf. Das sieht nämlich aus wie Grütze nachher. Okay. Wir haben unsere erste heute Nacht hier auf der Bushaltestelle. Guck mal, jetzt können wir auch rennen. Das hat natürlich niemals daran gelegen, dass wir... Ach, guck mal, das Umschild ist weg. Das war gerade da. Ist noch nicht open. So, wo sind die... Wo sind die EBA? Wir werden es jetzt riskieren. Meine Güte. Weil sonst sehe ich das wiederkommen, dass wir das nächste Mal einfach wieder random sterben. Das muss ja nicht sein. Ist auf jeden Fall gut was dran an so ein EBA. Können wir nachher schön was raus... rauskochen. Ich dachte immer, das wären zwei, aber das ist nur einer. Also einer reicht. Ah, nee, beim letzten Mal haben wir uns zwei dahingerafft. Ne, so war das. Nee. Wusste ich doch, dass das zwei sind. Da wären wir nämlich jetzt wieder schön... Wären wir wieder schön da gelegen. Im wahrsten Sinne. So funktioniert es ja auch nicht. Ich hoffe mal, jetzt gleich irgendwann... macht der Händler auf. So, ich gehe noch einmal hier zur Base zurück. Pack in den Wagen. Dann packe ich nichts rein. Wobei ich repariere noch einmal das Messer. Der ist einfach nur rustig. Selbst die Reifen sind rustig. Dann nehmen wir hier mal ein bisschen die Briefkästen auseinander, die Stunde. Oh nein. Ach, echt jetzt, Leute. Ach, kommt schon. Ich werde doch bekloppt mit diesen Schweinen. Wie können die Schweine... Also... Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist mir nicht passiert. Wir starten am Rucksack. Ich glaube, ich spinne. Haben mich jetzt echt die Schweine wieder dahingerafft? Ach, guck mal. Ich verliere auch das, was ich... Ne, das hat er schon wieder angezogen. Okay. Jetzt würde mich interessieren. Ne, ach, komm schon. Das wollte ich. Oh nein. Ich glaube, ich bin infiziert, sein Vater. Und alles neu. Jetzt sind die aber... Die hauen aber auch rein, ne? Ja. Ja. Aber das ist gerade ein bisschen schwierig. Ne, habt ihr gesehen? Ich wollte die Waffe wechseln. Und das hat er mich gar nicht machen lassen. So, mein Arm ist gebrochen. Ich bin infiziert. Ich hoffe, dass diese Schweine nie wieder kommen hier. Ich muss mir mal kurz gucken, ob ich eine Schiene finde. Jetzt ist die Frage, was machen wir dagegen? Gut, dass ich die hier schon mal weg habe. Gut, dass ich die hier schon mal weg habe. Dann gehen wir noch einmal runter. Ich glaube, um 6 Uhr macht der Händler auf. Ich gucke mal kurz, ob ich da irgendwas habe, wo ich mir eine Schiene bauen kann. Das kann ich schon mal trinke, das Schmerzmittel kann ich schon mal nehmen. Das Schmerzmittel kann ich schon mal nehmen. Blutung? Ach ne, stopp, keine Blutung. Ach, egal. Ich gucke mal kurz hier rein. Okay, Nahrung, was brauche ich dafür? Ja, bringt mir auch nur unbedingt weiter. Okay, da packen wir erst mal das rein. So, das nehmen wir mit raus. Das war nicht so pfiffig. Okay. Warte, Schiene wollte ich gucken. Schiene brauche ich, Klebeband habe ich nicht. So, jetzt ist es offen. Holen wir uns mal die erste Quest ab. Schiene. Das verkaufen wir erst mal. Die kaufen wir uns. Und Biotika brauche ich nicht. Das sind Schmerzmittel. Oh, das habe ich mir gerade reingezogen. Das hat mir auch nicht so viel weitergebracht. So. Aufgabe. Ach, habe ich noch eine? Quest. Stufe 1,3 Kilometer. Ja, ihr kennt es, ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Das ist, glaube ich, auch ein neuer POI. Dann gehen wir hier mal rein. Als erstes laden wir mal nach. Ach, das ist die. Und Tag. Und Tag. Der Zappel-Philipp ist da. Nichts gegen Leute, die Philipp heißen oder zappeln. Oder vielleicht auch Vor- und Nachname. mit Zappel-Philipp heißen. Hi. Hast du nicht gemacht. Ist das dein Ernst? Ein Schlag tot, oder was? Okay. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt so viel Schaden machen. Okay. Ja, den nehmen wir trotzdem noch mit hier. Den reinigen wir einmal, den POI. Der Stock gefällt mir sehr gut. Sind das Pflastersteine? Ich muss es tun, Leute. Es tut mir leid. Es ist eine Behinderung. Ich kann nichts dafür. Es ist lehm. Was ist das hier? Steine. Sand. Holz. Holz. Okay. Und wir nehmen die hier mit. Oh, das haut echt rein, das Ding hier, ne? Wir haben Hunger. Homecooking. Sehr schön. Schufe 1. Maisbrot. Haben wir freigeschaltet. Und Tee. Da halte ich leider nicht ganz so viel von. Der erste ist meiner. Ja. Der erste ist meiner. Ich glaube, Sie haben ein leichtes Blutproblem. Ich glaube, Sie haben ein leichtes Blutproblem. Bücherregal. Bücherregal. So, wir müssen jetzt doch mal durch, so oder so. Hilft allen nix. Einmal hier diesen Gemischwaren hinterher komplett durchluten. So ein bisschen Gemüse drin. Meine Güte, Wurstfinger sind heute am Start. Ich vermute mal, dass es hier oben noch irgendwo hingeht. Lootkiste oder so. Ja. Dann würde ich schon fast sagen, gehen wir wieder zurück und schließen die Folge für heute. Guten Tag, liebe Leute. Und das ist ein bisschen viel in der Tat. Die mache ich hier unten lieber. Drei Stück. Dann kann ich lieber den hier machen. Boah, ich muss sagen, der Schläger ist echt gut. Level 4, ne? Ich habe gedacht, vielleicht können wir den noch ein bisschen pimpen. Oder war Schmerzmittel bei? Brauchen wir momentan nicht. Die versiegelte Versandkiste, wer die Kiste auch immer wie hier hochgekriegt hat. Hier ein bisschen, die finde ich das so schön aufgemacht. So. Okay. Ich glaube, das gehört auch noch mit dazu. Schaufel. Haben wir Kartoffeln hier? Ne. Doch hier. Das müsste Kartoffel sein. Kartoffel. Okay. Dann bis gleich beim Händler. Da sind wir wieder zurück. Du hast nicht genügend Ausdauer. Du bist überladen. Da sind wir eigentlich nicht. Zum Beispiel Besitz eines Fahrrades. So, wie ich sie ein bisschen schneller unterwegs sein könnten. Aber ich glaube, das dürfte schon gewesen sein. Eben die Quest jetzt ab. Haben wir früher am Morgen. Ich habe die Zeit ein bisschen länger gestellt, falls der eine oder andere sich fragt. Ich habe die von 60 auf 90 Minuten gestellt. Damit wir... Oh, wir haben das Fahrrad gekriegt, Leute. Nehmen wir den Wasserfilter, ne? So. Irgendwelche besonderen Aufträge für mich. Hast du besondere Aufträge für mich? Sieben Kilometer? Ne, 1,7 Kilometer. Okay. Leute, wir sind heute diesmal richtig weit gekommen. Brauchen wir nicht. Schuhe ziehen wir uns an. Tragen. Ne, ziehen wir nicht an. Aber zerlegen. Wir holen uns noch einmal. Upsi. Ich wollte eigentlich die Farbe rausholen. So. Damit haben wir, glaube ich, erstmal alles... Oh, wir haben nicht Fahrrad. Ich würde sagen, das werden wir feierlich beim... Oh, ich kann Knochenmesser Level 2 herstellen. Das werden wir doch gleich mal machen. Und gegrilltes Fleisch können wir nicht herstellen. Messer, Knochenmesser Level 2 fertigen. Was habe ich jetzt gemacht? Da ist es. Sehr schön. Okay. Dann werden wir gleich feierlich das... Äh... Fahrrad platzieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.